Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du eine Fischbratwurst selber machen kannst. Auf der Fischseite kannst du variieren, was dir am besten schmeckt. Ein festes Fleisch empfehle ich dir da auf jeden Fall. Dann auf der Gewürzseite Salz, Pfeffer und ein bisschen Fenchelsamen. Die Fenchelsamen geben so einen besonderen Kick da rein. Und dann hier in der Mitte Dill, Petersilie und Schnittlauch. Das ist eigentlich so das Hauptstück. Sehr kräuterlastig, sehr frisch und ja, gibt eine super Note. Und dann, um ein bisschen Fett noch reinzubringen, angefrorene Sahne. Die wir später dann zum Vermischen brauchen. Und dann würde ich sagen, legen wir einmal los. Als erstes die Kräuter klein hacken. Da wir mit der Küchenmaschine arbeiten, könnten wir das auch lassen. Ich mag es aber lieber, wenn ich sie von Hand schneide und dann später dazugebe. Als erstes jetzt mal die Gewürze zu dem kleingeschnittenen Fisch in der Küchenmaschine. Ich habe das jetzt leider nicht filmen können, weil es dann einen Kartenfehler gab. Aber ja, den Fisch vorher ein bisschen klein schneiden. Angefroren dann in die Küchenmaschine und mit den Gewürzen im Salz anlaufen lassen. Wie man hier sieht, wird es dann zu einer eher kräftigeren Masse. Und jetzt die angefrorene Sahne dazugeben und richtig schön durchmixen. Je nachdem, wie man jetzt das Sahne-zu-Fisch-Verhältnis hat, wird die Wurst natürlich später fester oder weniger fest. Komme ich später nochmal darauf hinzu. Jetzt nochmal die Kräuter reingeben und kurz unterrühren lassen. Nicht zu lange, weil wir haben sie ja schon geschnitten. Ansonsten werden die mir persönlich zu fein. Und am Ende sollte es dann so aussehen. Eine schöne bindige Masse, die wir jetzt dann auch in die Därme füllen können. Als Darm nehme ich jetzt hier Schweinedarm Kaliber 22-24. Ich mag die eher so ein bisschen kleiner. Dadurch, dass eben auch da wieder die Masse ein bisschen weicher ist. Abfüllen und dann auch in die gewünschte Länge abdrehen. Und jetzt kannst du sie bei 70 Grad noch für 20-25 Minuten brühen oder auch direkt rausbraten. Denn da das Brät wirklich weicher ist, empfehle ich das vorher zu brühen, bevor man es brät. Ansonsten gibt es eine Riesensauerei. Man merkt das jetzt auch hier. Das ist nicht ganz so fest, wie man es von der Bratwurst kennt. Wenn man das haben möchte, dann am besten noch ein bisschen Hähnchenfleisch dazugeben, um eben so eine festere Konsistenz dann später zu erhalten. Geschmackstechnisch probieren wir das hier einmal aus. Also man sieht, es hat eine Bindung, aber ist eben weicher von der Konsistenz als eine klassische Bratwurst. Geschmackstechnisch, ja, kommen da die Gewürze schon durch die Kräuter. Es ist so eine richtig frische, sommerliche Fischbratwurst. Ist mal was anderes, kann ich auf jeden Fall empfehlen zum Nachmachen. Wie immer das komplette Rezept unten in der Videobeschreibung. Ansonsten viel Spaß mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.